Hallo Zielgruppe, hallo Freunde der Sangeskunst. Heute begrüße ich euch wieder in meinem kleinen schnuffligen Studio, weil hier ist die Welt noch in Ordnung. Und während draußen alles nach oben geht, gehe ich heute mit euch nach unten. Nee, nicht in den Keller, sondern mit einem schönen Lied von Bruce Springsteen, I'm going down. Ihr könnt übrigens mal mitzählen, wie oft das Wort down in diesem Lied vorkommt. Ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 I'm going down. So viel Song at Home für heute. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bis zum beginnenden Wochenende, also bis Freitag. Bis dahin habt ihr wie immer die Gelegenheit zu teilen, zu kommentieren, gern auch zu unterstützen. Oder ihr guckt euch mal durch das ganze Song at Home Repertoire durch. Das geht immer unter hendrikp.com slash Hausmusik. So, und ich bin jetzt nicht nur zu Hause, ich bin jetzt auch raus. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ich bin jetzt nicht nur zu Hause, 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 ich bin jetzt 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 nur zu Hause,